Wege in die Antike. Zu Gast auf den Straßen der Römer. Das Ziel für ihre nächste Studienreise. Sie suchen besondere Naturräume mit Geschichte, gepflegte Genusskultur und anregende Städte. Sie suchen Premium-Routen für Wandern oder Radfahren und bevorzugen qualitätsvolle und regionaltypische Unterkünfte. Dann haben wir hier den richtigen Tipp für Sie. Musik Unser Reisevorschlag für Sie liegt im Südwesten Deutschlands im Großraum Trier und Luxemburg und war vor 2000 Jahren Eroberungs- und Siedlungsgebiet der Römer. Über 100 römische Sehenswürdigkeiten, darunter das antike UNESCO-Weltkulturerbe in Trier, bezeugen anschaulich, wie die Römer früher lebten, wie geschickt sie das Land erschlossen und sich gegen Feinde schützten, wie und wo sie ihre Rohstoffe gewannen und Güter des täglichen Lebens produzierten, zu welchen technischen Meisterleistungen ihre Ingenieure fähig waren, welchem Glauben sie angehörten und wie sie ihre Verstorbenen für die letzte Reise ausstatteten. Wege in die Antike, gepaart mit beeindruckenden Naturlandschaften, erstklassigem Genuss und einer herausragenden Freizeitqualität. Nutzen Sie dieses einmalige Angebot und erleben Sie eine unvergessliche Studienreise. Sie sind jederzeit herzlich willkommen. Weitere Infos unter www.straßenderrömer.de Jetzt klicken und Angebot anfragen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018